5 Tipps für die Osterzeit in Schliersee Hallo, wir von der Bäckerei Gritscher in Neuhaus, wir empfehlen unsere Butter Osterfladen, auf Wunsch auch ohne Rosinen und wir wünschen euch eine schöne Osterzeit. Der Schlierseer Frauenbund veranstaltet am Wochenende vor Ostern einen kleinen Ostermarkt im Pfarrheim der St. Sixtuskirche. Auch die selbst gebundenen Palmbuschen dürfen da nicht fehlen. Servus von den Schokoburen, wir haben natürlich zu Ostern auch was geplant. Wir haben verschiedene Osterhasen, verschiedene Osterpralinen und als Special sogar zu unseren Schokoküssen am 30. gibt es für jeden Kunden, der vorbeikommt, einen Schokokuss gratis. Also nicht zögern, vorbeikommen und frohe Ostern an alle! Das Montemarisch-Lirsee versteckt am Ostersonntag und Ostermontag Eier mit kleinen Überraschungsgutscheinen im Schwimmbad und auch in der Sauna. Für Kinder gibt es zusätzlich einen Mahlwettbewerb. Von Karfreitag bis Ostermontag dreht sich im Markus-Waßmeyer-Freilichtmuseum alles um das Thema Ostern und Osterbräuche. Ich wünsche euch eine schöne Zeit bei uns in Schlese!